Na? Na? Nicola, warum machst du eigentlich Schauspielerei? Ja, das ist eine gute Frage. Denn eigentlich ist es wahnsinnig, das zu machen, weil ich es liebe. Weil ich es einfach total liebe, es zu tun. Na, dann passt das doch. Das ist der Selbstzweck. Sonst... ist es verrückt, das zu machen. Einen anderen Grund gibt es nicht. Ich liebe es. Und ich hab das Gefühl, ich muss unbedingt das machen. Ich wiederhole Ihnen anderen Grund sind después. 1,2Cor. 1,2 geht frei. Das ist ein Assalamual Ollie. 2,3 geht frei. 3,5 geht frei. 3,9 geht frei. Außerdem Curiosity.